Ja, Hallöchen zusammen, zum nächsten Part... Nee, ich glaub, da schneid ich raus. KFC, das ist kein Essen, das ist ne Marke. Was? Okay, pass auf. Hähnchen, Hähnchen. Ah, ja. Was habt ihr von dem neuen Youtube-Design? Ich hab's nicht und ich find's behindert. Nice Youtube-Design? Ähm, das ist ganz neu, was wir jetzt schon wieder. Die updaten, ja, pff, werden immer schlechter. Ja, ist schon klar, ne, also... Ich hab's halt nicht, also... Ja. Ich bin auch glücklich drüber, weil ich weiß, wie's aussieht. Weil ich so einen Laptop irgendwie hab, aber am PC nicht. Das wird alles hässlich. So, äh, was... Wie kann man das aktivieren? Du willst's gar nicht wissen. So, Muranes. Muhammed! Muhammed! Krass, Jungen. Wo ist das denn her? Oh, Job? Ah, ja, hier. Oh, nur 10. Den kenn ich noch. Oh mein Gott. So, ich heiße sein. Nein! Kein! Was haltet ihr von Windows 8? Scheiße! Und geil! Was? Okay, geil vielleicht nicht. Scheiße und gut, die Idee an sich find ich geil, aber... Ja, bin ich nur dumm gesetzt, ne? So, äh, was müssen wir machen? Wir müssen einmal hier, äh, dieses Aria, dieses Zeug hier sammeln. Da fang ich noch an. Aria? Aria? Aria. Ja, war klar, ein schlechter, ne? Gott! Wer ist in Österreich, hm? Ja, ich sag nichts, ich sag nichts. Also, das Zeug müssen wir sammeln und, äh, dann müssen wir den Wein von der Fahne... Apropos! Was Aria angeht. Meine Person ist blauäugig und blond. Ich meine auch. Hehe. Cool. Geil! Ich liebe unseren Charakter. Muss Aria sammeln gehen. Ich nimm Leon mit. Oh Gott. Du hörst doch nicht so... Wir können uns also beide so gleichzeitig tragen. Ich hab'n Aria mit dabei. Gut, ähm... Wir müssen dann noch diese komischen Vimmel, die müssen wir noch töten. Oh, aber... Boah, ist der behindert der Vogel. Alter, äh, wie der abgeht, ne? Würde ich mal so sagen. Was ist der behindert? Irgendwie hat da einen Lachflash. Was ist der so, wo der behindert hat? Wollte mir doch nicht gehst, wenn du das Kind. Alter! Krieg dich ab! Ich muss... Ich muss so kurz vor den Cherubin töten. Das sind doch die Vimmel, oder? Nee, nein, nein. Die machst du für eine andere Quest. Ich hoffe mal, du hast alle angenommen, auch. Leute! Ähm, hm, hm, hm. Ich hab' die Cherubin-Bedrohung und ein Bitte der Elim. Bitte der Elim? Hast du den aufgesammelt schon? Ähm... So, du müsstest jetzt eigentlich... Ich hab' jetzt gerade Unus Ingredients und Collecting Aria hier gemacht. Aria hab' ich schon fertig. Gut. Äh, dann fehlt ja nur noch die, äh, Unus Ingredients. Und dann hab' ich noch Abandoned Gods. Oder Guts. Bitte nicht, dass wieder die englische Version. Doch, ich hab' die englische Version, weil ich die englische Version kenne und die englische Version mag. So, wegen. Ja. Schöpfen die grün, da geht. Ich weiß nicht, wie es euch so in der Schweiz ist, aber... Bei uns sind die grün, rot und gelb. Was? Nicht die da. Die Bäume. Ah, ja. Und was hat der jetzt da mit Bäumen? Ja, der sagt, Bäume sind dealer. Oh, da sind ja noch mehr Quiz zum Annehmen. Alter. Zurückgelassen Güter. Dann bei dem Typen. Boah, ich nehm' dazu einfach jeden Scheißdreck an, den es hier zum Annehmen gibt. Gute Idee. Ich bleib' hier einfach noch ne Runde stehen. Unus Zutaten, da. Unus. Okay. Genau. Apropos Unus. Das neue Album von Green Day. Okay, okay. Neu ist es ja auch wieder nicht jetzt. Eben. Aber unus Zutaten, ich muss mir dann noch Zutaten holen, also bald. Unus Zutaten, du hast jetzt noch eins davon geholt, ne? Ah, gehört, ne? Nö. Du wirst jetzt mal alle, ja. Mitten in der Aufmacht. Ja, dir ist klar, ich meine, GEMA scheiß doch was drauf. Scheiß drauf, dass da gespielt wird. Ja gut, scheiß auf die GEMA, ja. Wir können mal, ah, Arz mal über Musik reden. Über Musik. Musik, Musik, Musik. Was wir denn so jetzt von den ganzen Scheiß dem Radio läuft. Was wir von dem Scheiß halten, der Scheiß ist Scheiße und diesen Scheiß werde ich mir nicht länger anhören. Und ich glaube für die nächsten, für die nächsten Aufnahmen, Dings, da mache ich nochmal eine etwas schlechtere Aufnahme leider. Dings, eine etwas schlechtere Aufnahme, äh Quatsch, nicht Aufnahme. Etwas andere Quali noch, so vom Bild. Brodi, er ladet ein paar Parts, GEMA Musik hoch, ne? Das ist euch ganz cool. GEMA Musik hochladen. GEMA Musik hochladen. Wo bist du? Und kennt ihr Damen, Sennitel, SbG, was? Was ist denn das? Da denn? Keine Ahnung. Ich kann ja nicht looten, Alter. Da hinten ist einer für dich zum Looten. Ah, das habe ich hingelooten. Da in die Richtung, hier, da. Hier in die Richtung, guckst du, wo ich hingehe. Da! Ah, ich könnte. Müsste eigentlich. Mal hin und wieder mal. Ob die oder so nen Kack. Ey, wir müssten irgendwie den Drop umstellen können, dass jeder das looten kann, was er so da, ne? Wie geht das denn? Das ist die Frage, das weiß ich nicht. Ich möchte nämlich alles looten können, was ich hab. Okay, ich hab die Quest fertig. Ich auch. Glaube ich, oder? Nö, hab ich. Ja, ich werde jetzt nicht auf den Link gehen. Na klar hab ich das. Fehlt jetzt dieser Wein und mir fehlt noch Aria. Naja, egal Aria. Sammel doch Aria, du Idiot. Ich steh hier. Du kannst mich einfach mitnehmen. Kick mich jetzt nicht so wie Jesu. Ich kick dich doch nicht. Warum soll ich dich kicken? Jesu mobbt sowieso alle. Ja. Ich denk teilweise, ne, ich meine, das ist jetzt mein Part und so und das ist jetzt meine Meinung und damit will ich ihn eigentlich auch nicht helden, weil immerhin guck ich seine Videos, ne? Ja. Aber Entschuldigung, der benimmt sich in ein Videos, benimmt der sich dumm wie Stroh. Ehrlich, dumm wie Stroh. Es ist einfach dumm. Entschuldigung. Das muss ja, also, ja, was ist denn so schlimm, wenn er mir links endet, im Chat. Deswegen hab ich sie auch angeschaltet. Ähm. So, sah aus. Da. Komm. Schnuffelinchen. Wie süß. Wie war C3 mit dem Vater? Genau. Was müssen wir noch machen? Warte. Smallhorn, Cherub. Da ist einer. Wuuu. Ich mach dich kalt. Okay, ich mach... Ähm. Ähm. Ich mach... Ich mach dir nicht kalt. Ja, gute Idee. Geil. Du bist ein Level up. Welches Level bist du? Das erinnert mich an das, hm? Jetzt dreht sich alles um, ne? Wer war im anderen Iron und jetzt war immer ein Level vor mir? Aha. Ne, warte, ehrlich? Ich war... Ich war vor dir? Ja. Du warst immer vor mir. Level up. Das war immer so. Naja, egal. Das war noch ein Typ. Ja, zu dem Thema Jesu ist mir gerade eine Person eingefallen, die ich jetzt nicht laut erwähnen werde. Ah, ja, das, äh, würde ich dich drum beten. Ich weiß, wen du meinst, aber tu's nicht. Ich werd mit dir, ich werd mit dir dann privat drüber sprechen. Können wir auch während deines Streams, aber nicht während meiner Aufnahme. Nee, das werd ich sicherlich nicht im Stream machen, bis zu behindert, dann hast du das Streaming gespeichert. Ja, das ist mir egal. Ja, ja, eh nicht mehr. So, ähm, du weißt, diese, diese Wine Barrels, hier sind irgendwelche Fässer... Ja, die brauch ich auch noch. Hier, ich hab eins. Ich glaub schon, das ist Fass. Das kann ich aber nicht anklicken. Ja, das ist so schlecht. So, ich hab wieso schon mal zwei. Ich Basti nix mehr, weil ich nicht. Äh, Basti, ich... Was macht deine Home vom letzten Stream? Der Leon? Der Leon ist dabei. Oder meintest du... Ah, ich weiß genau, wie er meint. Was denn? Ähm, mit Basti, das ist so... MP5. 100. 100. Hast du alles Zeug, weil... Ich grände gerade zu nem Anglas und ich die... Ah, okay. Da muss ich UNUS Zutaten abgeben. Ja, genau. Das... Ja, komm, dann geh ich erst da hin. Mein Gott. Bin interessiert. Was? Ja, da. Muss auch noch Quest abgeben. Lea, und Lea, muss auch noch Quest abgeben. Irgendwo dann noch Quest abgeben. Nicht so viel an dem PC. Hab den letzten 5 Uhr nachts angetroffen. Also still. Was? Lea, bist du jetzt gerade an mir vorbeigelaufen? Also... Geil. Ja, ich muss ja auch zu dieser Tante. Zu dieser Anglertante hier. Ja, ne, ist klar, ne. Sind hier die Lesben-Kombo, wenn schon? Ja, komm her. Das ist ein guter Titel. Das ist ein guter Titel. Nice to meet you. H2. H2. Let's-Player hier und so besser. Jetzt komm her. Mein Account ist, äh... Müsste jetzt, ich glaube, mein Account ist jetzt 19 Jahre alt und daher geht das. Mein Account ist... Also, ich bin angeblich, ne, 18 Jahre alt, laut meinem Account. Wie die Star Wars? Ähm... Was mit Star Wars? Hier wird gefragt im Stream, Dubu, Dubuos, ob wir Star Wars mögen. Ich muss erwähnen, ich hab noch nie einen Star Wars gesehen. Schäm dich. Ähm... Du hast diese To Fish in Peace-Quest angenommen? Ja. Gut. Wo bist du denn jetzt? Ich hab hier nen Scheißdreck angenommen, den ich jetzt gefunden hab. Also... Akamiro ist 19 Dante 9. Wenn's um das geistig Alte geht, bin ich sogar 5. Ah ja. Ja, das dachte ich mir auch irgendwie. So was alles. Hallo! So welche Quest machen? Wo bist du? Wo? Ich würde sagen, hier diese... Äh... Ein Friedenfisch? Diese... Friedenfischen, ja, genau. Aber bei den IQ von Minus 1? Ja. Warum wusstest du das? Was? Was? So viel... So viel traut ihr mir noch zu? Ich will eher auf Minus 1. Äh... Minus 0, wenn schon. Minus 0, ja ne, ist klar. Oh, liebe Hinden, die heißen... Am besten ziehen wir auch gleich noch die... STR-DIC-E-MLA134 und 133. What the fuck? What? Da ist was nicht richtig benannt, würde ich so sagen. Glaub ich auch. Gut. Ja, erstmal... Erstmal statt der Tag im Buff reinhauen. Hm. Like a Dante. Ne, ne, ist klar. Wieso nicht, ne? Like a Dante, ist klar. Leon, was haltest du von Star Wars The Old Republic? Konnt der nicht zucken, wir sind Chase Installer nicht. Ja, keine Ahnung, wieso der nicht geht. Ich würde es gerne spielen. Es sah auf jeden Fall ziemlich interessant aus, fand ich. Problem ist bloß, das Allerding funktioniert nicht. Bei mir schon. Und ich habe es schon gezockt. Ist es gut? Ich fände, ich bin es eigentlich ganz interessant, also... Wenn es gehen würde, würde ich es gerne mit jemandem zocken. Ja, keine Ahnung, ne. Ich meine, wie gesagt, der Installer geht nicht. Ähm, jetzt kommen noch diese komischen Slings, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt. Bei mir steht da irgendwas mit MLA133, also ich weiß es nicht. Bei mir geht der Download... Wer ist das? Das ist immer lange. Also, ich kann ja mal jetzt ganz kurz zu erwähnen, also... Ah, je, und ich sage jetzt nicht mehr, also... Ich habe 10 GB runtergeladen und der wäre bei 38 Prozent. Wie, 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 wie hat das Ding bei dir? Ist mal ne Frage. Kurz nach, komm schon. Schleif es jetzt drauf. By the way, es hat der Gott. Boah, ich mach da mal ein anderes Lied rein. Ich habe hier eine Broken-Ex-Handle, habe ich bekommen. Ich weiß nicht, ob ich dir die irgendwie irgendwie... Warte mal... Zap, und dann kann ich die wahrscheinlich nicht teilen, oder sowas. Tristan, I remember, Monster Kid. Release. Die will ich mir gleich mal. Ne, die kann ich, kann ich die nicht teilen? Nein. Ich brauch da... Ich brauch da auch meine Lieder, wenn ich gerade zuck. So. Ähm... Ja, scheiß drauf. So, was haltet ihr von Origin? Ja, was soll ich, was soll man denn davon halten? Das ist halt Origin. Ja, keine Ahnung. Steam ist besser, mehr sage ich das. Ich finde Steam besser. Steam auch schon wegen den Angeboten und so. Ja, aber hallo, ey. Wenn ich jetzt gerade Geld haben würde, ey, das ist echt heftig. Ich würde das so ausrasten, wie es das Einkaufmann geht. Ich hab's schon echt heftig, also... What the fuck? Max Payne 3, ich meine, okay, die 30 Gehrebe zum Unterladen tue ich mir, glaube ich, nicht an, aber... Max Payne 3, 12 Euro 49, Alter. Heftig, eh, heftig. Ähm, zurück zu Fail. Star Wars gibt's denn nicht free to play. Ist schon free to play. Oh, nicht. Ist schon free to play. Star Wars fan Origin nicht komme, ja. Braucht man nicht dazu jetzt noch Origin? Ich glaube nicht. Das kann ich ausprobieren, ob ich's über Origin runterladen kann. Ja, probier's mal. Mach ich mal die Tage. Weil, ähm, Dings, also da war immer so ein free weekend, da hab ich nämlich gezockt. Und da brauch, brauch, brauchte ich noch Origin, ja. Da, äh, noch Origin gebaut. Hey, wirst du nicht die Quest abgeben? So. Achso, ich doch gerade. Achso, cool ist das. So, ähm, ich würde sagen, hier bänden wir den, äh, zweiten Part von... Es kommt. Nee, Quatsch, es ist ja der dritte mit der Kaybackler-Erstellung. Na. Ah, Junge. Schwul mich nicht lassen.